Die Max-Bill-Uhr Max Bill, bedeutendster Vertreter der Zürcher Schule der Konkreten, wurde 1908 in Winterthur geboren und starb 1994 in Berlin. Nachdem er zuerst eine Lehre als Silberschmied in Zürich absolvierte, studierte er im Bauhaus in Dessau, war Schüler von Vassili Kandinsky und Paul Klee. Neben seiner Arbeit als Maler, Bildhauer, Architekt, Grafiker und Produktgestalter lehrte er an der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Eine seiner großen Würfe ist die so schöne wie schlichte Max-Bill-Armbanduhr mit ihrem charakteristischen Zifferblatt. Kein Saisonblümchen wollte er gestalten mit seiner Uhr, der große Schweizer konkrete Max-Bill. Und so etwas wäre auch gänzlich undenkbar gewesen. Der Universalkünstler konnte gar nicht anders als eine Uhr in elegant reduziertem Design schaffen, klar und funktional, wie es seiner Auffassung von angewandter Kunst entsprach. So zeitlos, wie das eben gehen würde, ohne die Zeit zu vergessen, wie er formulierte. Als er von der deutschen Uhrenmanufaktur Junghans Anfang der 50er Jahre die Anfrage zur Gestaltung einer Küchenuhr erhielt, entwickelte er zusammen mit seinen Studenten an der Hochschule für Gestaltung in Ulm einen schnörkellosen Klassiker in zeittypischem Hellblau mit eingebauter Eieruhr. Ab 1961 entstand dann die Kollektion der Armbanduhren, nicht weniger wertbeständig als die Küchenuhr. Seit den 90er Jahren wieder in leicht modifizierter Neuauflage zu kaufen und besonders geschätzt wegen ihres Zifferblatts mit der sorgfältig gestalteten Typografie. Ursprünglich war es eine Uhr mit Handaufzug und schlichtem, rundem Stahlgehäuse mit silberfarbenem Blatt und gewölbtem Plexiglas. Ziffer- oder Strichindexe für die Stunden, Minuten und Sekunden erlaubten ein schnelles und präzises Ablesen der Zeit. Der Clou der Uhr waren die Leuchtpunkte auf dem Zifferblatt. Einer in jedem Viertel und ein Doppelpunkt auf der Zwölf. Dazu die im Dunkeln ebenfalls sanft fluoreszierenden Zeiger. Damals in den 60ern wahrscheinlich noch aus leicht radioaktivem Material, heute natürlich nicht mehr. Max Bill, geprägt durch seinen Aufenthalt 1927 und 1928 am Bauhaus in Dessau, wo er bei berühmten Lehrern wie Klee und Kandinsky die Vereinigung der künstlerischen Disziplinen lernte, kannte keine Berührungsängste mit Handwerklichem. Er gestaltete von Möbeln über Lampen bis zu Uhren und Werbebroschüren zahlreiche Produkte des täglichen Lebens, was ihm mindestens so viel Bekanntheit eintrug wie seine künstlerische Tätigkeit. In dieser gilt er vielen als spröt und streng. War er doch der Auffassung, es sei möglich, in der Kunst eine logische Methode anzuwenden, bei der, wie er sagte, jeder Teil des kreativen Vorgangs Schritt für Schritt logischen Operationen und ihren logischer Überprüfung entspricht. Was sich anhört wie eine selbstgenügsame Rechenübung, war vielmehr der Versuch, mit den Mitteln der Kunst elementare Strukturen und Kräfte wahrnehmbar zu machen. Er wollte eine Kunst, die aus ihren eigenen Mitteln und Gesetzmäßigkeiten und nicht aus einer Abstraktion der Realität entsteht. Wer Kunst als Gegenstand des geistigen Gebrauchs sieht, dem können auch die Dinge des alltäglichen Gebrauchs nicht egal sein. Und so lässt Max Bill mit seiner am Bauhaus geschulten Vorstellung der guten Form alles, was er in die Hand nimmt, mit klaren Konturen versehen für die Ewigkeit bestehen. Die Ewigkeit ... Vielen Dank.